Und so schnell geht das. Wir sind wieder zurück mit dem Stadtmagazin am Montag. Herzlich willkommen nochmal, liebe Zuschauer. Wie schafft man es eigentlich, einen 42-Kilometer-Marathon am Stück zurückzulegen? Der Unterschied liegt im Laufen und nicht im Rennen. Das jedenfalls sagte mir kürzlich ein Mann, der es wissen muss. Der zweifache Olympiasieger im Marathon Waldemar Cepinski. Er ist ja auch ein Mann, der immer dabei ist, wenn Mitteldeutschland die Laufschuhe schnürt. Wie jetzt am Sonntag zum Mitteldeutschen Marathon. Torsten Grundmann hat sich mitten unter das lauffreudige Volk gemischt. Fast jetzt nochmal alle Ergebnisse in einer Sondersendung für Sie. Zusammensprach mit Siegern und Erschöpften und hat sich hoffentlich nicht erkältet. Eine herausragende Laufveranstaltung findet seine Fortführung. Herzlich willkommen hier, ja mitten in der Stadt auf dem Markt. Ja, es kann losgehen. Der 15. mitteldeutsche Marathon steht an. Hinter mir stehen hier die 10-Kilometer-Läufer, die Halbmarathonis, die Walker. All die werden jetzt gleich auf die Strecke gehen. Zunächst gehen wir aber erstmal rüber nach Leipzig. Denn Sie wissen natürlich, dass sich nach 10 Jahren die Stadthalle mit den Organisatoren um André Czopinski entschieden hat, nun wieder die Strecke von Leipzig nach Halle laufen zu lassen. Die Marathonis rücken also ins Scheinwerferlicht in einer Strecke oder auf einer Strecke über 42,195 Kilometer. Ja, und die sind vor zwei Stunden gestartet und wir waren natürlich auch da drüben mit der Kamera mit dabei. Und ich habe mich da auch rumgehört und schon mal gefragt, wie Sie es denn finden, nun von Leipzig nach Halle zu starten. Schnell noch die Startnummer anbringen und dann hieß es für die Teilnehmer, auch schon in wenigen Minuten auf die Marathonstrecke zu gehen. Groß war das Interesse bei den Marathonis hier in der Nähe des Elsterflutbeckens. Alle freuten sich riesig drauf. Nach 10 Jahren wird also wieder die Strecke von Leipzig nach Halle führen, die man sich vor dem Start noch einmal ganz genau anschaute. Das ist jetzt die Halbmarathon-Strecke. Ja, wir entscheiden uns über die Strecken genau. Und die haben ein paar geändert. Was lauft ihr mit? Welchen? Wir laufen Marathon. Genau. Das erste Mal? Also ich laufe das erste Mal von Leipzig nach Halle. Sonst bin ich die Strecke Spergau-Halle zweimal gelaufen. Aus Niederbayern komme ich. Niederbayern? Wie kommen aus Niederbayern hier heute zum Mitteldeutschen Marathon? Ich studiere in Jena und da war es klar, dass ich da mitmache. Die Strecke habe ich mir jetzt sehr explizit angeschaut. Ich habe jetzt die Woche nochmal in den Halbplanerkon gelaufen, volle Gas am Montag. Ja, und jetzt habe ich Ruhe gemacht und dann hoffe ich, dass das gut geht. Und ein Ziel gesetzt, zeitmäßig? Ja, drei Stunden möchte ich anpeilen. Von Leipzig nach Halle, wie findest du das? Das war der Grund, warum ich mich zum zweiten Mal in meinem Leben auf den Marathon gewagt habe. Okay. Und das erste Mal wo gelaufen, den Marathon? 2012 in Berlin. Das war aber mir zu voll und deswegen freue ich mich jetzt einfach auf eine schöne Strecke, die einfach in der alten Heimat, einfach schön. Einer freute sich auch ganz besonders, nämlich Olympiasieger Waldemar Czapinski, der vor 15 Jahren diesen Mitteldeutschen Marathon ins Leben gerufen hatte. Unvergessen, dazu ist auch sein Erfolg von nunmehr 40 Jahren gewann, weil die in Montreal seine erste olympische Goldmedaille. Und in diesem Sinne ging es nun für die Marathonis in die Spur. Fast verdreifacht hatte sich die Teilnehmerzahl gegenüber des Vorjahres. Etwa 450 Läufer meldeten sich für diese Königsdisziplin. Einen Favoriten konnten wir im Vorfeld nicht ausmachen. Und die Zeit der Kenianer ist ja lange vorbei. Schauen Sie sich diese große, gut gelaunte Läuferschar an. Pünktlich 9 Uhr machten sie sich also alle auf den Weg Richtung Halle. Lange Zeit geht es für sie nun auf dem Damm entlang, abseits der Straße. Ja, man konnte auch dabei die Natur begutachten. Eine Strecke, die man so vorher noch nie gelaufen war. Nun gilt es für die Marathonis, die Energievorräte und deren Verbrauch. Und die Zeit der Kurs zu kontrollieren, um einem Marathon gut durchstehen zu können. Ein Albtraum für jeden ist der Mann mit dem Hammer, der meist ab Kilometer 30 bis 35 kommt. Viele Teilnehmer laufen hier nicht das erste Mal solch einen Marathon. Einige sind schon gern gesehene Stammgäste dieses mitteldeutschen Laufspektakels. Gleich melden wir uns hier wieder. Tja, da sind die Marathonis also auf der Strecke. Das haben wir gesehen und nun sind wir hier unmittelbar vor dem Start. Also hier auf dem Markt gehen jetzt gleich die 10 Kilometer, die Walker und die Halbmarathonis auf die Strecke. Ja, der 15. mitteldeutsche Marathon hat ein vielfältiges Programm und hier sind wir jetzt mit dabei. Und vor allem die Halbmarathonis, die freuen sich jetzt durch die grüne Lunge der Stadt, der Saale entlang zu laufen. Und ja, mal schauen, wer dann am Ende hier als Sieger durchs Ziel läuft. Also wir machen den Weg frei für die Jungs, die können es kaum erwarten und starten. Ja, die Teilnehmer scharten schon mit den Füßen. Top-Athleten wie zum Beispiel Falk und Jonathan Schabinski sind wieder mit dabei. Zwei Läufer, die sicherlich ordentlich Pace machen werden. Falk läuft den Halbmarathon, Jonathan den 10 Kilometer Lauf, den er nun endlich auch mal gewinnen möchte. Halbmarathonis und 10 Kilometer Läufer vereint auf dem Weg. Etwa 700 an der Zahl. Unser gleich eingestellter Zeitraffer zeigt trotzdem noch, wie lang sich das Teilnehmerfeld zog. Dieses mitteldeutsche Laufereignis ist eines der größten in der Republik. Die Stimmung ist hier immer wieder einzigartig gut, auch wenn diesmal das Wetter nicht so mitspielte. Die Marathonläufer starteten ja bereits, wie schon gesehen, vor Leipzig ein Verdienst. Auch der Stadthalle. Ja, wir hatten uns vor einem Jahr überlegt, Leipzig-Halle wieder zu beleben. Metropolregion Mitteldeutschland ist ein großes Schlagwort. Wir arbeiten sehr eng mit Leipzig zusammen. Und von daher hat man gedacht, wir beleben es wieder. Und dass wir das in einem Jahr so hinbekommen, dass wir starten können, da hat vor einem Jahr keiner mit gerechnet. Wir haben es geschafft und es ist natürlich eine tolle Leistung von Waldemar Schapinski und seinem Team. Und deshalb sind wir stolz, dass wir auch starten können. Es kommen ja auch gleich die ersten Reihen und das wird richtig spannend. Ja, zunächst hieß es aber erst einmal für die Läufer viele Meter abzuspulen. Für diesen mitteldeutschen Marathon steht auch ein verdienstvoller Mann, André Schapinski, der Sohn von Waldemar. Der nun schon seit Jahren alle Fäden fest in der Hand hält und hier nun gleich den Startschuss für den AOK Schnupperlauf geben wird. Über einen Kilometer lief man hier zudem für einen guten Zweck. Das Sporthaus Schapinski spendete pro Läufer einen Euro, dem der Aktion Sammeln für die Fenster der Frauenhalle des Stadtbades zugutekommen wird. 300 Läufer treten also auch hier mit viel Spaß ihre Startrunde. Und dieser junge Mann hier, der gewann dann letztlich diesen AOK Schnupperlauf. Hier war aber nicht das Wichtigste zu gewinnen, sondern einfach teilgenommen zu haben. Manch einer lief hier zur Erwärmung dieser Runde mit, um dann auch den Halbmarathon angehen zu können, der hier in der Zeitfolge danach gestartet war. Auch der Inklusionslauf war ein Bestandteil des mitteldeutschen Marathons, genauso wie der Walkerlauf. Spaß und Freude standen oben an. Wir befinden uns nun mit unseren Bildern wieder draußen auf der Marathonstrecke. Und hier am Haus Aurensee haben sich zwei Läufer ein wenig absetzen können. Max Breuer aus Erfurt und Hermann Alpermann, der aus Frankfurter Main angereist war und eigentlich nur auf einem kleinen Besuch in Leipzig gewesen ist. Und sich dann spontan entschied, hier mitzulaufen. Die Verpflegungsstellen wurden natürlich gerne in Anspruch genommen und durch die Natur ging es auch für den Verfolger. Da ist der Niederbayer, mit dem wir vor dem Start sprachen, Michael Blankenburg. Und hier platzt vier und fünf bei Kilometer 18 etwa. Siehe da, auch ein HFC-Trikot dabei. Ja, er ist ein Fan. Und die beste Frau kam uns hier auch entgegen. Die Polin Helena Schensner, die sollte am Ende auch im Wettbewerb der Frauen ganz vorn landen. Hier, Martin Kamen mit der Nummer 219. Er kam am Ende auf Platz 30 ein. Unter 450 Läufern ist das auch ein gutes Ergebnis. Klar, waren auch wieder Rollis dabei, die eine großartige Unterstützung erfuhren. Toll, dieses Engagement. Mittlerweile befinden sich die Läufer bei Kilometer 25. Kurz vor Wesenitz über die Hälfte ist geschafft. Nun heißt es aber, den schwersten Abschnitt zu überstehen, um dem Mann mit dem Hammer nicht begegnen zu müssen. Wir melden uns gleich wieder zurück. Wir kommen zurück. Unsere nächsten Bilder kommen vom Marktplatz und dem besten 10-Kilometer-Läufer. Jonathan Schapinski läuft als erster über die Ziellinie. Ein ehrgeiziger, fleißiger junger Mann gewinnt diesen Lauf. Das wird ihm sehr gut tun. Ja, das tut sehr gut. Letztes Jahr hat es zwar auch geregnet wie dieses Jahr. Leider, das mag ich nicht so. Aber ich habe trotzdem mein Bestes gegeben und denke, bin damit zufrieden. Sagen wir uns kurz noch was zur Strecke von euch. Ist ja ein bisschen anders gelaufen, ne? Genau, da die Hochstraße ja dieses Jahr gesperrt war, mussten wir über die Frankischen Stiftungen laufen. Dort ist Schotter, dort sind viele Kurven. Und deshalb ist die Zeit am Ende einer Minute langsamer als letztes Jahr. Aber ich denke, mein Trainingsstand ist sogar ein bisschen besser. Deshalb kann man das eigentlich nicht so vergleichen. Jonathan wird seinen erfolgreichen Weg gehen. Und Dixon, Kuri ist der zweitbeste 10-Kilometer-Läufer. Der Kenianer ist ja mit den Schopinskis eng befreundet. Der dritte Platz über 10 Kilometer ging an Marius Faber aus Jena. Und die Halloren waren natürlich am Rande auch mit dabei. Ja, und auch so kann man vom Rand aus motivieren. Wie zum Beispiel, eigentlich wolltest du Brötchen holen, aber dann bist du doch mitgelaufen. Mitteldeutscher Marathonsieger, über 42,195 Kilometer wurde schließlich Max Breuer vom Laufklub Erfurt. Nach 2 Stunden, 43 Minuten und 26 Sekunden lief er überglücklich, aber eben auch ausgepowert über die Ziellinie. Ab Kilometer 32 konnte er sich absetzen, lief dann die letzten 10 Kilometer allein. Im Frühjahr ist er erstmal den Rennsteiglauf gelaufen, im Juni dann den Allmann. Und nun gewann er hier den 15. mitteldeutschen Marathon. Also ich muss sagen, so ein Gefühl hatte ich noch nie. Ich war noch nie bei einem Marathon, bin vorne weggelaufen. War noch nie auf Position 1, das ist ein komplett neues Gefühl. Ich hatte einfach dann Spaß, als ich gemerkt habe, dass von hinten keiner mehr kommt. Die letzten 5, 6 Kilometer habe ich versucht zu genießen, auch wenn es dann natürlich immer mehr weh tut. Und ja, als dann jetzt hier ein Boulevard runterging, also das war dann, als dann alles klar war. Und ich wusste, jetzt habe ich es auch geschafft, Kilometer 41, 1,45, jetzt bin ich gleich da. Dann hörst du hier schon den Zieleinlauf, siehst noch ein paar andere Läufer. Und da kommt dann auch alles, da freut man sich dann. Und dann spürt man erstmal auch keinen Schmerz mehr, bis man dann über die Ziellinie ist. Und naja, jetzt tut es, jetzt tut es wieder weh. So manchem tat es hier richtig weh, aber der Weg ist das Ziel. Die Polen, wie schon erwähnt, gewannen im Frauenwettbewerb über diese Marathonstrecke. Glückwunsch auch an sie, die alles gegeben hatte. Ja, und dann kamen die Läufer aller Wettbewerbe weiter ins Ziel. Auch der 82-jährige Walter Mattes, eigentlich ein früherer Leichtathlet des USV Halle. Vor zwei Jahren ist er noch den Mitteldeutschen Marathon gelaufen. Jetzt waren es aber immer noch bemerkenswerte 10 Kilometer. Und eben hatte auch der Zweitplatzierte über die Marathon des Tanks, Hermann Alpermann, die Ziellinie überquert. Ja, genau, ich bin das Wochenende hier zu Besuch bei meiner Schwester in Leipzig. Und es hat er sich gerade gut angeboten, hier auch den Marathon mitzumachen. Zumal es auch eine traditionelle Veranstaltung ist und auch hochgelobt wurde vom Vorfeld. Nico, am Ende der Marathon auf dem dritten Platz beendet, also auf einem Treppchen. Das ist schon stark und das HFC-Schild, das leuchtet hier mir richtig entgegen. Ja, das ist der Fußballclub, die Jungs sind immer schnell. Man sieht es ja in der Liga, in der dritten, hat es super Spaß gemacht, tolle Strecke. Viele Zuschauer auch in der Strecke, in Leipzig und so, hier in Halle. Richtig geiles Talent. Dann wie vieler Marathon war das? Oh, das war mein dritter erst, tatsächlich. Jetzt kann ich mich als Marathoni bezeichnen. In der Tat, das darf er nun zurecht. Viele schöne Bilder zeigten sich an diesem Tag verregnet. Nur 8 Grad Celsius, aber das alles tat der gute Stimme auch keinen Abbruch. Gekämpft bis zum Ziel, zusammen oder allein. Die Belohnung, nämlich das unbeschreibliche Glücksgefühl, folgten hinter der Ziellinie. Und dann war auch der Halbmarathon-Sieger Falk Schopinski im Ziel, nach einer Stunde und zehn Minuten. Offensichtlich auch in Gedanken an seine Tochter. André, durchatmen erst mal, als erster durch die Ziellinie gekommen. Und du hast so ein Zeichen gemacht, das musst du uns erklären. Eigentlich nicht, aber sag ein paar Worte dazu. Na, war ja klar, was ich meine. Und fett. Bist du ein bisschen dafür auch gelaufen. Falk musste das Interview tränengerührt abbrechen. Er ist so stolz auf seine Tochter, die im Elisabeth Krankenhaus geboren wurde und der kurz zuvor noch vorbeigelaufen ist. Da übermannten ihn nun all seine Gefühle. Bilder, die man eigentlich nicht mehr kommentieren muss. Immer wieder gingen die Läufer an ihre physischen Leistungsgrenzen. Auch der Niederweiler kam schließlich als 30 bester Marathon ins Ziel. Fix und fertig. Da hatte er sich im Tempo fast etwas verzockt. Sau geil. Also das Rennen an sich war wirklich toll. Das Wetter hat dann ganz mitgespielt, aber das macht ja nichts. Ich bin froh, dass ich jetzt ins Ziel bin. Du bist lange vorne mitgelaufen. Aber du hast sogar Tritter eine ganze Zeit lang. Ja, ich habe es ein bisschen zu stark eingeschätzt. Die ersten zehn Kilometer war ich viel zu schnell dran. Aber das war das Lehrgeld, das man zahlen muss. Ich glaube, nächstes Jahr, wenn ich in Wundbach, dann klappt das auch mit drei Stunden. Die großen Anstrengungen waren dann auch überall zu sehen. Teilgenommen und im Ziel angekommen. Das war das, was zählte. Auch ein weiterer junger Mann mit Namen Julius Rüttinger. Hier im Bild kam völlig ausgepowert über die Ziellinie. Und zunächst kein Stück weiter. Er traute sich erstmalig an die Halbmarathon-Strecke heran. Toll, wie der Junge gelaufen ist. Nur eine Stunde und 40 Minuten hat er für die 21 Kilometer gebraucht. Diesen Lauf wird Julius so schnell nicht vergessen. Er als Ruderer in Halle Anstrengungen auch gewohnt ist. Aber hier ist ihm ein großer Erfolg über sich selbst gelohnt. Was ist jetzt alles gegeben, haben wir festgestellt? Ja, das kann sein. Halbmarathon? Ja. Das erste Mal gelaufen, so eine Strecke? Ja, das war das erste Mal. Warum hast du gesagt, das will ich mal machen? Na ja, ich bin letztes Jahr die 10 Kilometer gelaufen. Das war ziemlich heftig, aber man muss ja irgendwann mal auch was draufpacken müssen. Und du bist aus Halle? Ich bin aus Halle, ja. Trainierst du sonst irgendeine Sport? Ich bin Ruderer in Halle. Und du sagst, das mache ich wieder, trotz diesen Qualen? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Über alle Altersgruppen hinweg liefen die Läufer ein. Vom Kindesalter bis zum wohlverdienten Rettenalter. Woher kommen Sie? Aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Erstes Mal hier dabei? Nein, schon öfter. Und das zweite Mal als Walker. Früher bin ich Halbmarathon gelaufen. Und ich habe neue Hüfte gekriegt. Und deshalb kann ich nur noch walken. Respekt. Darf man nach Ihrem Alter fragen? Äh, 76. Unfassbar, was man in solch einem Alter noch alles schaffen kann. Wir hirten uns weiter um. Sag uns erst mal deinen Namen. Maya. Maya, wie viel bist du gelaufen? 42 Kilometer. 42 Kilometer? Wie alt bist du? 23. Danke. Schon öfters gelaufen? Es ist das zweite Mal jetzt. Hast gerade auf die Ohr geschaut, wie schnell warst du? 3,25. Ist das okay? Ja, bin ich zufrieden. Wie war es da auf der langen Strecke? Es war schön. Erstaunlich schön. Ja, dafür, dass es eigentlich so wenig los war. Aber es hat echt Spaß gemacht. Glücksgefühle zu erleben. Nicht nur bei den Läufern. Es ist das erste Mal. Es ist das erste Mal. Jan! Oh, ich freue mich so für dich. Super, super. Mutterstolz. Da war die Mama einmal mehr stolz auf ihren Sohn. Zu Recht. Den Namen davon verraten? Jan Krawiert. Wir haben gerade gehört, es ist das erste Mal gelaufen, den Marathon. Jawohl, das war mein erster Lauf. Und ich bin sehr zufrieden. Trotz des schlechten Wetters, super, super Strecke, super ausgeschildert, super Organisation. Einwandfrei. Hat Spaß gemacht. Du siehst doch so frisch aus. Ja, ich wollte den unbedingt schaffen. Und deswegen wollte ich nicht 100% geben. Okay. Ja, mein Ziel war es zu schaffen, weil es eben der erste ist. Und das war mir wichtig. Und auch dieser mit Verlaub ältere Herr ist ein außergewöhnlicher Läufer. 75 Kilometer legte er erst vor ein paar Wochen zurück. Wir wollten und mussten ihn einfach mal kurz hören. Ja, vor vier Wochen habe ich einen 75 Kilometer gemacht. In Slowenien, in Zellia, in Europa. Ja, das ist eigentlich der dritte Marathon. Und im April habe ich den 10. Weinmarathon der Deutschen Weinstraße gemacht in Bad Dürkheim. Und vier Wochen ist noch einer in Ortein. Ortein Marathon, ein Schwarzmarathon. Was man eben alles mit Wille und Kraft schaffen kann, weiß auch der exzellente Fotograf aus Halle, Stefan Röhrig. Sonst oft mit dem Fotoapparat unterwegs. Und wunderschöne Bilder hast du schon gemacht. Aber heute hier dabei? Ja, musst du einfach mal Kamera zur Seite packen. Und einfach mal selber was zu tun. Nicht immer nur zugucken. Und es ist eine ordentliche Strecke gewesen, oder? Ja, sehr anspruchsvoll. Das Wetter war gut, obwohl es geregnet hat. Passt er. Und für alle gab es dann auch wunderschöne Erinnerungsmedaillen von diesem 15. Mittelleutschen Marathon. Aber eine unglaublich große Organisation ist vonnöten, um alles reibungslos ablaufen lassen zu können. Wer weiß das nicht besser, als die Marathon-Legende Waldemar Ciepinski. Der zweifache Olympiasieger ist nun bei uns. Man muss sagen, diesen mitteldeutschen Marathon, den ersten, du hast das alles einst mal in die Spur gebracht. Ja, ich hatte damals eigentlich nur an den Marathon in Halle gedacht, weil ich mir auch angesprochen wurde, dass in einer Stadt, wo ein zweifacher Olympiasieger ist, überall gibt es Marathonläufe, nur nicht in Halle. Wir sollten einen machen. Ich wusste aber, dass Halle eigentlich von dem Potenzial her schlecht alleine einen Marathon hergibt. Aufgrund der schon der Gefälle von der Saale zum Obermarkthoch. Und die Läufer wollen gerade Strecken haben. Aber da kam mir der Gedanke, dass 1925 die erste deutsche Meisterschaft der Leichtathletik im Marathon zwischen Halle und Leipzig war. Und das gefühlt mir viel besser, weil ich damals eigentlich schon den Wunsch hatte, damit auch ein Zeichen zu setzen für die mitteldeutsche Region. Und wir sind jetzt der Metropolmarathon. Und wir werden uns Mühe geben, dass wir in den nächsten Jahren von der sportlichen Seite her zeigen, dass Halle-Leipzig, dass die Region zusammengehört. Schöne Worte von Waldi, der sich mit seinem Sohn André um dieses Großereignis verdient gemacht hat. Auch das nun wieder in Leipzig gestartet wurde. Ja, also das war eigentlich die größte Herausforderung, wieder zwei Bundesländer zu verbinden, die beiden Städte, Leipzig und Halle, mit ins Boot zu kriegen. Und dann die neue Strecke zu finden, viele neue Teams zu organisieren. Und auch in Halle haben wir ja nun durch die Fluthilfemaßnahmen, die uns dieses Jahr viele Straßen weggenommen haben, dann noch eine Menge neue Arbeit gehabt. Es gab Skeptiker, die gesagt haben, wer weiß, ob das dann alles so klappt und gut geht. Also ja, denen habt ihr es gezeigt, oder? Ich denke schon. Also ich denke, die Marathonis, die gucken ja auch auf ihre Strecken, was ihnen gefallen könnte. Und die Voranmeldezahlen haben es ja schon gezeigt, dass wir wirklich, also mindestens eine Verdopplung, wenn nicht eine Verdreifachung der Marathonis hinbekommen. Also da sind wir sehr froh drum. Vor 15 Jahren konnte man auch nicht erahnen, dass dieses Laufspektakel mal so populär werden würde. Einer trug sich nun als 15. Marathonsieger ins Geschichtsbuch ein. Max Breuer aus Erfurt.